hier musst du mittig rein und hier das kannst du aber rechts einfach da kommt das schon, im nassen ist es auch nicht so geil im nassen sieht er nicht mehr so schön aus, im nassen sieht er nicht mehr so schön aus da will ich ihn auch nicht mehr da fahren irgendwie ich bin ihn in die Rille gefahren von der Wurzel, wo die Wurzel rausguckt aber oben ist doch auch scheiße, weil die Kehrwurzel da ist das ist alles scheiße ich sag jetzt pappalapappe und leg mich gleich noch aufs Maul ja genau da bin ich nicht durch, aber im nassen, siehst du, ich wollte ihn eben, ich wollte ihn ganz rechts fahren weißt du, da wo du jetzt stehst da wollte ich ihn rein fahren was das Problem ist dann musst du halt ganz, ja genau hier rein du bist auf der Wurzel gelandet ja du musst aber auf der landen und von der weiter ja weil die hat halt im trockenen ist es auch einfacher als im nassen und du musst ja auch oben da drüber ja das ist wahrscheinlich das einfachste, aber von hier sieht es einfach aus ja klar also für mich ist es einfach so fast hmmm toll ich wollte unbedingt noch eine Dusche nehmen das sieht nur ein bisschen rutschig aus, also ich würde wirklich genau da rein fahren ja oh fuck ja hängen geblieben also ich würde bei dir würde ich bei dir, hä? das ist nun so ein Teil wieder ja bei dir würde ich sagen schieben prinzipiell kannst du rechts fahren, aber dann weiß ich nicht, ob du den Speed rauskriegst und nicht dahinter schepperst oder halt in der Mitte durchfahren aber das ich schieb das da vorbei mit dir traue ich dir jetzt noch nicht so zu ja, das ist heute ja, das ist gut ja ja und die 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 du 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 Halt da lieber an, da ist der Rutsche Mich hat es auch komplett rausgeschoben, ich bin irgendwie noch dazwischen durch Das ist so widerlich, du musst halt wirklich durchfahren, wo keine Wurzeln sind, wo schon so coolen Reihen gefahren sind Du darfst aufs Vorderrad kaum ziehen, also wenn antippen, ansonsten, ich habe es gar nicht gezogen, nur hinten durch machen Ja klar Einfach nur hinten zumachen Sobald du Vorderrad ziehst, haut es dich nicht bei sowas voll auf die Fresse Ja, das Vorderrad gar nicht bremsen Ja Du kriegst halt immer mehr Speed drauf, deswegen an manchen Stellen hast du halt das Problem, dass du dann wegrutscht, weil du halt zu schnell bist, weil du nicht langsamer machen kannst Wenn das Ding mal trockener wäre und man mal trockener durchfahren kann War's doch Am Donnerstag oder so, wo wir hier waren Donnerstag Donnerstag war das super, da bin ich das voll gut durchgefahren Donnerstag lief's auch gut Ja 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 Dann lass weiterfahren Let's continue Ja Ja Let's slide more Die Ui! Hattest du überlebt? Ja, war ein bisschen rutschig. War ein bisschen rutschig? Ja, André hat ein bisschen geschoben, ich bin ein bisschen gerutscht, zwischen den Bäumen ein bisschen durchgerutscht, ins Laub rein.